Willkommen Freunde zu einem weiteren Video auf dem Kanal. Ich bin's wieder, euer Alex und es freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und dabei seid zu einem weiteren Video der Schritt-für-Schritt-Anleitung für den Marktplatz Ebay. Heute schauen wir uns an, wie wir bei Ebay ein Produkt einstellen bzw. listen können. Wir schauen uns an, welche Artikelmerkmale wir wählen können, alle Einstellungen, die wir dabei beachten sollten, das Ganze in diesem Video. Viel Spaß dabei, bleibt unbedingt bis zum Schluss dabei. Freunde, wie angekündigt, heute schauen wir uns an, wie wir bei Ebay ein Produkt online stellen können und listen können. Ich habe dazu bereits auf diesem Kanal schon mal ein Video gemacht, was jetzt schon zwei Jahre her ist. Da hat sich einiges bei den Einstellungen und Design verändert, deshalb ein neues Video und allgemein mache ich hier eine neue Videoreihe. Falls du gerade auf dieses Video gestoßen bist und diese Reihe von Anfang an sehen möchtest, Schritt-für-Schritt, wie du dir bei Ebay, aber auch bei Amazon hier ein Verkäuferkonto erstellen kannst, dann kannst du gerne unten in der Videobeschreibung von Anfang an den ganzen Schritt-für-Schritt-Ablauf machen. Und falls dich generell solche Themen wie das Kaufen und Verkaufen auf Marktplätzen wie Amazon und Ebay, aber auch anderen Marktplätzen und anderen Themen interessiert, dann abonnier unbedingt diesen Kanal, drück auf die Glocke, so bleibst du immer auf dem aktuellen Stand. Und gib dem Video jetzt schon mal einen Daumen hoch, falls dir solche Videos weiterhelfen und dieser Content gefällt, dann gib dem Video natürlich einen Daumen hoch. Dann schauen wir uns mal an, wie wir das Ganze machen. Ich befinde mich hier auf der Startseite, wie ihr seht, und klicke hier oben auf Verkaufen, hier oben. Und dann können wir einen Artikel hier nämlich online stellen. Wir befinden uns dann bei Angeboten, und zwar aktiven Angeboten. Ihr seht es hier, mein Konto ist neu, ich habe hier keine Angebote, das benutze ich auch zuvor für Zwecken, deshalb habe ich hier nichts drin. Und wie wir einen Artikel bei Ebay einstellen können, das findet ihr hier oben, Angebot erstellen. Wir können Einzelangebote erstellen, wir können mehrfach Angebote machen. Das heißt, ihr könnt auch Artikel, mehrere Artikel gleichzeitig online stellen, wenn die vielleicht miteinander was zu tun haben oder auch nicht. Alles ist hier möglich. Und dann kommt ihr hier auf Angebot starten. Hier habt ihr eine Suchleiste, wo ihr schon mal einen Suchbegriff eingeben könnt, was mit eurem Artikel zu tun hat. Ich schlage hier vor, zum Beispiel so einen Rasierer einzugeben. Und dann haben wir direkt schon mal Vorschläge, welche Rasierer es gibt. Es gibt Rasierer Elektrisch, Philips, wir haben direkt Marken, die hier angegeben werden. Wir haben aber auch Herren-Damen-Begriffe. Ich gebe hier nur einfach mal Rasierer ein und drücke auf Suche. Dann hat er schon direkt eine passende Kategorie festgelegt. Ihr seht es hier. Falls diese Kategorie nicht passt, könnt ihr sie im Nachhinein natürlich noch ändern. Dann zeige ich gleich. Und sonst habt ihr die Möglichkeit, hier direkt schon Marken einzustellen. Dann wird er in die bestimmten Marken schon suchen. Aber er schlägt uns schon gewisse Top-Auswahlen vor, wo wir schauen können, okay, ist unser denn hier vielleicht mit dabei? Ansonsten, wenn nicht, dann habt ihr hier die Möglichkeit, ohne ein passendes Produkt fortfahren. Was wir jetzt auch machen, denn falls ihr so ein Produkt schon auswählt, dann werden alle Einstellungen bzw. Artikelmerkmale schon festgelegt und voreingestellt, die ihr natürlich aber auch im Nachhinein noch bearbeiten könnt. Deshalb, wenn ihr ein genaues Produkt habt, dann könnt ihr in der Regel direkt nach der ERN-Nummer, was auf der Verpackung draufsteht, suchen. Ansonsten, falls es etwas Älteres ist, was vielleicht bei Ebay noch nicht verfügbar ist, dann natürlich hier auf diese Fläche hier ohne ein passendes Produkt fortfahren. Das machen wir auch, da werden wir direkt erstmal gefragt, ist es ein neues Produkt oder vielleicht irgendwie schon gebraucht, ist die Verpackung vielleicht beschädigt, also B-Ware oder so und so weiter. Weil ich hier das Ganze neu machen möchte bzw. auch neue Produkte einstelle, werde ich auf Neu klicken. So, und hier habt ihr schon die Maske, wo ihr ein Produkt einstellen könnt. Falls du schon länger bei Ebay dabei bist, weißt du, dass es sich hier ein bisschen was verändert hat seit letztem Jahr. Deshalb möchte ich hier ein Update in dem Sinne machen. Und wir fangen an von ganz oben. Wir haben hier die Möglichkeit Artikelfotos einzufügen. Und zwar können wir bis zu 24 Fotos einstellen und sogar ein Video hinzufügen. Ich weiß nicht, ob mehrere Videos, das ist so nicht die Regel. Aber falls du ein Produktvideo hast, was du natürlich selber erstellt hast und nicht irgendwo heruntergeladen hast, was ich dir nicht empfehle, dann kannst du natürlich hier auch Videos hinzufügen. Fotos solltest du auch eigene erstellen. Dazu habe ich bereits schon mal ein Video gemacht, wie du ein gutes Foto und zwar mit ganz einfachen Dingen, teilweise mit einem Handy machen kannst, findest du oben in der Videobeschreibung bzw. oben in der Infobox oder unten in der Videobeschreibung. So, Fotos hinzufügen. Dann fügst du einfach hinzu. Du kannst auch per Drag & Drop, das heißt, du fügst das aus irgendeinem Fenster hier einfach rein. Was du natürlich auch machen kannst, ist, dass du Fotos von einem Mobilgerät importierst oder sogar Fotos aus dem Internet importieren. Da, wie gesagt, beachten, dass es deine Fotos sein müssen. Sonst kannst du hier, wie gesagt, Abmahnungen kassieren, was nicht so schön ist. Bei dem Importieren der Fotos aus dem Internet ist es so, dass du einen Link hinzufügen kannst. Ich klicke mal drauf und dann kannst du eine URL hinzufügen und dann dementsprechend auf weitere klicken und so viele URLs hinzufügen. Natürlich kannst du auch einen Upload-Service benutzen von anderen Seiten und dann hier die Fotos zur Verfügung stellen. Soviel zu den Fotos. Wir können hier eine Galerie Plus einstellen. Das bedeutet, wir haben hier die Möglichkeit, dass unsere Angebote bestimmt oder speziell bei der Suche angezeigt werden, dass direkt mehrere Bilder angezeigt werden und vieles mehr. Das kostet natürlich zusätzlich. Dementsprechend kannst du das ausprobieren oder einfach sein lassen. So, kommen wir zum nächsten Punkt und zwar der Titel. Ein sehr, sehr wichtiges Indiz dafür, ob dein Produkt gefunden wird oder nicht. Dementsprechend solltest du bei dem Titel dir unbedingt einiges an Zeit nehmen, um hier eine korrekte Beschreibung zu machen. Beschreib das Produkt so gut wie möglich. Versetz dich in die Lage des Kunden. Versuch zu überlegen, welche Suchbegriffe würde ich denn suchen und eingeben, falls ich dieses Produkt suchen werde oder würde. So, und hier kannst du dich natürlich an die Konkurrenz so ein bisschen orientieren. Wie beschreiben die ihre Produkte? Versuch so viele Keywords wie möglich hinzuzufügen, um hier die Suche, wie gesagt, noch besser zu gestalten, um gefunden zu werden. Dazu habe ich bereits ein Video gemacht, was das ganze Titel SEO und allgemein Suche angeht bei Ebay. Findest du auch oben in der Infobox oder unten in der Videobeschreibung. Und somit hast du hier gute Chancen, gefunden zu werden oder dein Produkt gefunden zu werden. Du siehst es hier, wir haben nur 80 Zeichen. Das bedeutet, wähl deine Suchbegriffe gut, dass du hier auf jeden Fall auf der sicheren Seite bist und gefunden werden kannst. Du hast hier bei der Option noch weitere Möglichkeiten, dass du Bestandseinheiten SKU wählst. Da kommt ein neues Feld dazu. Das ist, falls du eine Schnittstelle oder ein Warenwirtschaftssystem benutzt, kannst du hier die Artikelbeschreibung bzw. Artikelnummer, also die SKU, hinzufügen, sodass dann eine Synchronisation stattfindet. Du hast eine Möglichkeit, hier einen Untertitel noch hinzuzufügen, ist aber wie gesagt auch mit weiteren Gebühren versehen und nicht unbedingt notwendig. Hier kommen wir zu der Kategorie. Bei der Kategorie solltest du natürlich prüfen, ob dein Produkt exakt zu dieser Kategorie passt. Du kannst auch noch weitere Kategorien hinzufügen, eine zweite Kategorie. Dazu können natürlich weitere Gebühren noch anfallen. Da solltest du dir überlegen, ob du das machen möchtest oder nicht. In der Regel reicht eine Kategorie. Dann kommen wir zu den Artikelmerkmalen. Das ist natürlich ganz individuell, Produkt von Produkt. Hier hast du die Möglichkeit, dann direkt alles auszuwählen, was zu dem Produkt passt. Wir haben hier direkt Vorschläge, die uns Ebay macht. Zur Marke zum Beispiel sehen wir direkt, ist es braun, ist es Philips oder ist es markenlos? Dann wählst du hier alles so gut wie möglich aus. EAN ist Pflicht. Die musst du auf jeden Fall eingeben. Sonst wird dein Produkt generell vielleicht sogar nicht gelistet oder gar nicht gefunden. Deshalb schau auf jeden Fall, dass du so gut wie möglich alle Artikelmerkmale eingibst. Umso einfacher und effektiver wird nachher dein Verkauf sein, beziehungsweise deine Suche, dass dein Produkt von Kunden gefunden wird. Wir haben hier die Möglichkeit, noch weitere Artikelmerkmale aufzuklappen. Da haben wir dann die Möglichkeit, es noch ins Detail alles zu beschreiben. Wenn du dir dazu die Zeit nimmst, hast du wie gesagt die Möglichkeit, besser gefunden zu werden und dann dementsprechend auch besser zu verkaufen. So, des Weiteren haben wir hier die Möglichkeit, Varianten einzustellen. Das geht nicht bei jedem Produkt. Hier bei dem Rasierer geht es zum Beispiel. Aber, falls du dazu mehr Informationen haben möchtest, dazu habe ich auch bereits ein Video gemacht. Schaust dir hier oben in der Infobox oder auch unten in der Videobeschreibung an, wie du Varianten erstellen kannst und was du dazu beachten solltest. So, den Zustand haben wir ja von Anfang an festgelegt. Es handelt sich hier um neu. Du kannst es natürlich im Nachhinein auch noch ändern. So, kommen wir dann zu der Beschreibung. Beschreibung ist, in der Regel wird sie selten angeschaut, vor allem wenn man mit dem mobilen Ansicht unterwegs ist, das heißt über die App, Ebay-App, über das Handy shoppt, dann wird die Beschreibung generell gar nicht wirklich angezeigt, es sei denn, man ruft sie sich ab, sodass man das genau sieht. Dennoch solltest du darauf achten, dass die Beschreibung schön ausführlich gemacht ist. Im besten Fall benutzt du sogar Vorlagen bzw. Templates. Dazu habe ich auch schon mal ein Video gemacht, wie du das Ganze richtig professionell machen kannst. Ein Template und immer wieder verwenden kannst, sowohl für die Desktop-Ansicht, aber auch für die mobile Ansicht ist das Ganze geeignet. Findest du auch oben in der Infobox oder unten in der Videobeschreibung. Kommen wir zum nächsten Punkt und zwar der Preisgestaltung, was natürlich auch sehr wichtig ist. Wir haben hier noch weitere Optionen, die du anklicken kannst und auswählen kannst, aber in der Regel reicht der Standard. Wir wählen hier das Format aus, Sofortkauf oder wir machen eine Auktion. Wenn du einen neuen Artikel verkaufst, solltest du das eigentlich unter Sofortkauf einstellen, weil Auktionen können dementsprechend ein bisschen schlechter ablaufen als Sofortkäufe. So und hier haben wir die Möglichkeit natürlich den Preis einzugeben. Hier kannst du dich ein bisschen an die Konkurrenz setzen. Wenn du ein Produkt vorauswählst, dann kriegst du hier sogar von Ebay einen Preisvorschlag, wo befindet sich der Preis ungefähr von der Konkurrenz, so dass du ungefähr das einstellen kannst oder du suchst natürlich in der Suche und guckst, was vergleichbar wie angeboten wird. So der Preis ist immer inklusive Mehrwertsteuer. Ja, es seien du, wenn es die Kleinunternehmerregelung an, dann solltest du hier auf jeden Fall den Bruttopreis reinschreiben, aber auch wenn du umsatzsteuerpflichtig bist und Umsatzsteuer abführst, dann gibst du hier auch ganz normal den Bruttopreis ein, denn Preis ist inklusive Mehrwertsteuer. Ganz wichtig. Dann haben wir hier die Möglichkeit auch noch einen Mehrwertsteuersatz einzugeben. Der ist standardmäßig 19%. Wenn es jetzt irgendwelche Produkte sind, wo du sagst, ja, ich zahle aber nur 7%, da solltest du dich aber unbedingt informieren vorher, wie bei einem Steuerberater kannst du das auf jeden Fall anfragen. Sonst gibst du hier auch nochmal 19% ein, ist aber optional, weil der Preis immer inklusive Mehrwertsteuer ist. So, hier gibst du die Stückzahl ein, wie viel hast du von diesem Produkt, wenn du mehrere Produkte hast. Natürlich würde ich dir empfehlen, direkt auch mehrere einzustellen, oder du probierst es erstmal mit dem einen. Falls der verkauft wird, kannst du natürlich hier wieder auffüllen. Beachte unbedingt die Einstellungen, bevor du einen Artikel online stellst, wie zum Beispiel, dass ein Produkt nicht beendet wird, sondern du auch Produkte, wenn die auf Lagerbestand auf Null fallen, immer wieder neu einstellen kannst, beziehungsweise einfach nur den Lagerbestand auffüllst und das Produkt nicht wieder neu listen musst. Das erspart dir viel Arbeit. Dazu habe ich, wie gesagt, ein Video schon gemacht, wo du alle Einstellungen triffst, bevor du überhaupt das erste Produkt einstellst. Schaust dir, wie gesagt, auch unten in der Videobeschreibung oder oben in der Infobox an. So, kommen wir zum nächsten Schritt. Und zwar haben wir hier die Möglichkeit, auch Preisvorschläge zuzulassen. Diese Option kannst du wegmachen, kannst du aber reinstellen. Du wirst merken, bei der Preisvorschläge-Option wirst du viele unseriöse Preise auch bekommen. Wenn dir das nicht die Mühe macht, immer diese Preise irgendwie abzulehnen, dann kannst du es natürlich machen. Das kommt attraktiver, meiner Meinung nach, aber muss nicht unbedingt sein. Ich mache zum Beispiel meine Angebote immer ohne Preisvorschläge, damit man einfach nicht genervt wird von den ganzen unseriösen Käufern. Multi-Rabatt hinzufügen, das sind dann solche Sachen wie zum Beispiel Preisnachlässe. Wenn der Käufer zwei, drei oder mehrere Artikel kauft, kannst du hier bestimmen, wie viel Prozent du ihm Nachlass gibst, ab welcher Menge. So, dann haben wir sogar die Möglichkeit, ein Angebot zu planen. Das bedeutet, du erstellst jetzt das Angebot und das Angebot soll aber erst dann und dann online gehen. Das macht Sinn, wenn du eine Auktion machst, dass du zum Beispiel ab einem Sonntag bis zu dem anderen Sonntag für sieben Tage das Ganze einstellst. Ansonsten macht es eigentlich nicht wirklich Sinn. Dementsprechend bei Sofortkaufen-Optionen kannst du das eigentlich weglassen. So, und dann kommen wir zu den Einstellungen, die du auch, wie gesagt, eintreffen solltest, wie zum Beispiel den Versand. Das sind nämlich die Rahmenbedingungen, die wir im letzten Video festgestellt haben oder eingestellt haben, wo du dann sehen kannst, okay, das ist meine Option. Falls du mehrere Rahmenbedingungen festgelegt hast, wir haben hier ja den Versandpaket eingestellt, dann kannst du hier die jeweilige Versandbedingung festlegen. Ansonsten kannst du hier auch nochmal eine neue Versandbedingung erstellen bei den Rahmenbedingungen. Wie du das machst, findest du, wie gesagt, im letzten Video. So, und dann kannst du hier noch Gewichte und Paketmaße angeben. Alles optional, muss nicht sein. Auch hier Sperrgut könntest du anklicken, was aber nicht wichtig ist. So, eine weitere Einstellung und eine der letzten Einstellungen ist hier der Versandort. Von wo wird der Artikel versandt? Das ist ganz wichtig, dass der übereinstimmt mit dem Versandort. Falls du von irgendwo anders versendest oder Dropshipping machst, dann solltest du unbedingt darauf achten, dass das hier auch dementsprechend der Artikelstandort angegeben wird. Denn sonst hast du erfahrungsgemäß, was ich so erlebt habe, könntest du Probleme bekommen, dass eBay deine Artikel auch rausnimmt, weil die sehen, das wird von woanders versendet als angegeben. Oder deine Angebote werden einfach schlecht gelistet, werden ausgeblendet und hat, wie gesagt, Einfluss auf das Rating und dementsprechend auf die Sichtweite oder Reichweite. So, wichtig hier ist noch die Rücknahme. Das haben wir auch bei den Rahmenbedingungen festgelegt. Das Widerrufsrecht, wie lange hat der Kunde die Möglichkeit, dieses Produkt zurückzugeben. Das Widerrufsrecht kannst du auch hier noch erstellen, bearbeiten und einsehen. So, und dann kommen wir schon fast zum Schluss. Wir haben hier Hinweise des Verkäufers. Du kannst bestimmte Hinweise nochmal hinzufügen zu dem jeweiligen Produkt, was das angeht. Und wir haben hier noch eine weitere Einstellung, die Zahlung. Aber das, wie gesagt, übernimmt komplett mittlerweile eBay. Das bedeutet, dass du hier das Ganze so gut wie gar nicht einstellen kannst, sondern du musst der Zahlungsabwicklung von eBay zustimmen, damit diese für dich die Zahlungsabwicklung machen. So, und dann sind wir schon am Ende und hier sehen wir, welche Gebühren uns anfallen für die Erstellung des Produkts. Mit allen Zusatzoptionen wird hier der Gesamtbetrag angezeigt. Das geht auf Null, wenn du zum Beispiel dich für ein eBay-Shop-Modell entscheidest. Welches Shop-Modell für dich passend ist oder ob du überhaupt einen Shop brauchst bei eBay, das erfährst du im nächsten Video. Schaust dir gerne hier unten in der Videobeschreibung an und da kannst du dann dementsprechend schauen, ab wann es sich lohnt, bei eBay einen Shop einzustellen oder zu abonnieren. So, und wenn du damit dann alles zufrieden bist mit den Einstellungen, drückst du zu den gesamten oder zu den genannten Gebühren einstellen und kannst das Ganze dann online stellen. Falls du noch wartest auf irgendwelche Informationen oder so, kannst du natürlich hier das Ganze auch speichern als Entwurf oder du kannst die Vorschau nutzen und dann siehst du, wie das Ganze aussieht, wie der Kunde es sehen würde. So viel zu der Einstellung eines Produktes bei eBay. Falls du dazu Fragen hast, gerne unten die Kommentarfunktion benutzen. Ich helfe dir so schnell wie möglich weiter und sonst, natürlich schau dir die ganze Playlist an. Unter dem Video, in der Videobeschreibung findest du den Schritt-für-Schritt-Anleitung und so kannst du hier das Ganze einfach Schritt-für-Schritt das Ganze nachmachen. Abonnier unbedingt diesen Kanal, drück auf die Glocke, so verpasst du dann auch kein weiteres Video zu allen Themen im E-Commerce und ich freue mich, wenn du beim nächsten Video dabei bist. Viel Erfolg beim Kaufen und Verkaufen. Ciao.